Servus, hier wieder einmal meine sehr geehrten Damen und Herren bei Strahlen 30 Grad im Sonnenwetter. Heute gibt es wieder eine neue Werbung. Freitagnachmittag hat sie den Kurs zwischen Sonnensteinstraße und Universität erwischt. Es gibt heute wieder einen Schienenersatzverkehr wegen einer Veranstaltung im Innenstadtbereich. Die Werbung von der Nummer 80 handelt von der neuen digitalen Uni. Die Uni, die sie bei der JKU in den letzten Jahren errichtet haben, ist ja gerade im Fertigwerden. So sieht diese aus, ein bisschen hellrot, rosa und blau, ein wenig ein Mischmasch. Die digitale Uni wird dann in der zweiten Jahreshälfte eröffnet werden und auch gleichzeitig auch noch ein neues Parkhaus. Also die Uni warnt sich sehr zum modernen. Das Parkhaus wird jetzt dann schon Ende Mai, Anfang Juni eröffnet werden. Genau, aber da gibt es dann meinerseits noch ein kleines Update wieder. Gut, dann sage ich wieder Servus und bis zum nächsten Mal und Regenschirm nicht vergessen. schon mal kurz zu drehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.